Die moderne Art Städte zu erkunden. Der individuelle Reiseführer. Praktisch, informativ, bequem, multimedial. Eine App mehr als 70 Städte. Über 2000 Sehenswürdigkeiten, vorgestellt mit je einem erklärenden Video. Verfügbar im Play Store und im App Store für Smartphones und Tablets. So einfach geht's. Scribe App herunterladen, Stadt auswählen und Stadtbummel beginnen. Im Fall von schlechter Netzabdeckung bietet Scribe übrigens die Möglichkeit, die Daten vorab über WLAN auf Ihrem Gerät zu speichern. So reduzieren Sie Ihren Datenverbrauch, schonen die Flatrate und vermeiden daneben noch ruckelnde Videos. Scribe, statt trockener Texte, kommentierte Bilddokus. Authentische Bilder und Anschauungsmaterial, Geschichte und Geschichten, Vergangenheit und Gegenwart. Historische Bilder und einzigartige Fotos sagen mehr als tausend Worte. Scribe bietet Ihnen Wissen und Anschauungsmaterial in kommentierten Dokus. Auch als Audio-Guide nutzbar, ohne dazu extra ein Gerät leihen zu müssen. Scribe macht Schluss mit der Suche in unhandlichen Stadtplänen. Mithilfe des eingebauten GPS-Stadtplans wissen Sie immer, wo Sie sich im Moment befinden und wo die Sehenswürdigkeiten liegen. Scribe bindet Sie nicht an eine starre Rundtour und Sie entscheiden, was Sie wann sehen wollen. Um die Information und das jeweilige Video aufzurufen, genügt es, das Icon im Stadtplan anzutippen oder Sie tippen den Suchbegriff ein. Wenn Sie nur wenig Zeit haben und sich auf das Wichtigste konzentrieren wollen, wählen Sie die Sortierfolge nach Relevanz. Einige Städte haben an Ihren Sehenswürdigkeiten QR-Codes für Scribe angebracht. Hier können Sie den eingebauten QR-Scanner nutzen. Unsere Texte bieten zahlreiche Links zu vertiefenden Informationen. Die ganze Welt des Wissens, das bietet Ihnen kein herkömmlicher Reiseführer, schnell und unkompliziert. Sie interessieren sich für Öffnungszeiten, Eintrittspreise, Veranstaltungskalender? Bei den meisten Städten bietet Scribe die entsprechenden Links zu Websites, städtische Einrichtungen und Kulturangebote. Örtliche Hotellerie, Gastronomie und Shopping? Auch hier hilft eine Verlinkung direkt aus der App. Zum Schluss dürfen wir noch auf unsere kostenlose Website www.scribe2go.de hinweisen. Mit dieser Plattform können Sie Ihre Reise von zu Hause bequem am PC oder Laptop planen oder nachbereiten. Neben sämtlichen Videos finden Sie dort ergänzende Informationen zu Museen, Freizeiteinrichtungen, lokalen Sehenswürdigkeiten und Natursehenswürdigkeiten. Überregional, großräumig und unkompliziert.